Das Highlight des heutigen Videos wird sein Wingsuit Skiing, das habt ihr noch nie gesehen. Da saftelt es drin, Alter. Wunderschönen guten Morgen aus dem schönen Corona-Land, das Sebastian Kurz so schön mit FFP2-Masken versehen hat. Maulkorb. Maulkorb, genau, ja. Aber den Maulkorb lassen wir uns nicht geben. Auf YouTube reden wir noch immer, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Was machen wir heute? Wir sind in Obertauern und da nehmen wir euch mit. Und zwar, wir sind heute eigentlich für Filmaufnahmen da. Wir produzieren einen Film. Ihr seht da Teilausschnitte, die dann irgendwann später mal erscheinen werden. In dem Sinn, viel Spaß mit coolen Szenen vom Freeriden in Obertauern. Geh, Flotschi? Die FFP2-Maske steht da gut, muss ich sagen. Schon, gell? Brutal. Jetzt wird es der Ein verursicht. Ihr macht es dann, was wir nicht sahte. Jetzt ist es ein megaes 대표 Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Highlight des heutigen Videos wird sein Wingsuit Skiing, das habt ihr noch nie gesehen Das ist Franz seine neue Sparte auf YouTube Der Flo macht das, viel Spaß Grüß Sie, mein Name ist Florian Böhm Wir werden hier heute den ersten Wingsuit Skisprung der Geschichte von Obertauern machen Ich würde sagen, du schießt dich dann da raus, ich filme das von der Seite Ja, ich schaue dann, wo ich den Fallschirm aufmache Jawohl! Obertauerns erster Wingsuitsprung Wingsuit Skiing Wohooo! 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 Der zweite Sprung war gar nicht so schlecht. Der war cool, aber ich habe das voll schein geschätzt, wo du bist. Aber wurscht. Hast du es aufgenommen? Ja. Aber ich bin zu weit weg gestanden. Ich habe gemeint, dass du unten irgendwo bist. Mach mal ein bisschen ein Foto. Ja, da draußen. Aber dann fühl mich die von unten noch. Ja. Da geht es auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe es gut. Ja, ja. 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 Na, ja. Ja, ja. Ja, ja. Da feiert ja nichts, Flo. Nein, denke ich. Es ist nur kurz da. Nein. Unbedingt gleich oben. Es sind nur vier Meter. Nein, nein. Ersteunt war alles. Da kann nichts passieren. das musst du machen dein kommentar super ist das muss man machen das muss man machen für den pulver ist das super wenn man mehr auftriebe weil das saft ist drin richtig eckelhaft Ja, die Aufnahmen, die wir gebraucht haben, die haben wir jetzt. Auf Film, sehr gut. Das heißt, für uns geht es jetzt noch ins Tal. Viel Spaß mit der abschließenden Abfahrt. Die Abfahrt ist jetzt schon ein bisschen in der Abfahrt. Ich mache da heute hier unten ein Resümee. Es war ein richtiger Gaudi da in Oberdauern wieder einmal. Das Wingshut Skifahren oder Wingshut Skisprenger Flo, wie ist denn das? Super. Du kannst es nur weiterempfehlen, oder? Ja, du kriegst eine höhere Sprungweite und ich glaube ich war der Erste, der das gemacht hat bis jetzt. Zumindest in Oberdauern. Man muss nur kreativ sein, dann kann man auch 2021 noch neue Sachen machen. In dem Sinn, wir hoffen euch hat das Video gefallen. Ihr habt einen Spaß gehabt. Wir haben einen Mörderspaß heute gehabt. Richtig Gewaltiges gewesen. Was euch gefallen hat, Daumen nach oben. Da lasst es nicht vergessen, Kanal abonnieren. Wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Und Flo, du wolltest noch was sagen? Was wollte ich sagen? Achso, kommt ihr alle zur österreichischen Ski Wingshut Meisterschaft. Ich werde das da organisieren in Oberdauern. Genau. Und wenn es so weit ist, das erfahrt ihr bei uns am Kanal. Darum unbedingt abonnieren. Dann erfahrt ihr das, wenn es so weit ist. In dem Sinn, Bergheil bleibt geil. Bis zum nächsten Mal. Tschau, pführt euch. Tschüss.